Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Donkey Kong 64. So, wir sind hier im Herbst angelangt vom Wunderwald, ja. Und haben diesen Hasen beim letzten Mal besiegt und der hat uns drei Münzen gegeben, mir nicht. Das ist ein bisschen lächerlich, aber dann gut. Was ist da hinten passiert? Wer ist denn da krepiert? So, das nächste ist so, wenn wir jetzt mal hier Tiny, weil mit Didi haben wir gleich diese nervige Mission mit der Eule. Ich glaube, da werde ich ein bisschen failen. Ein kleines bisschen. So. So. Wir müssen auch noch irgendwo die Samen finden, die man einpflanzen müssen. Die darf ich nicht vergessen. Wann wo ist denn das jetzt? Hier. Squats mal wieder. Halt dich fest. Los geht's. Squats. Was erwartet mich denn da nochmal? Was ist das denn? Das kenne ich überhaupt nicht mehr. Was zur Hölle? Muss ich jeden Gegner besiegen? Aha. Hier ist er gerade, der Sau. Okay. Ja, schön. Hier wartet. Da oben, da habe ich auch noch Bananen übersehen. Weh, du kannst mich jetzt nicht tragen. Es ist es. Es ist. Es ist. jetzt noch einmal was mache ich denn hier genau so ok das heißt die die ist jetzt als nächstes dran wo ist die blau pausen ich habe mich raus weil er war ja auch noch bananen drauf ist das ein ernst so also wo ist denn jetzt hier da so ist das regal da egal das fass so weiß ich kann nicht da Hä, wo ist denn die Eule? Das ist doch für mich. Vielleicht ist sie ja nachts da, ich weiß es nicht. So, aber wir wären dann jetzt auf jeden Fall hier fertig, oder? Also am Tag haben wir hier jetzt mal alles, denke ich mal. Hier ist es für Donkey Kong. Da war noch was für Tiny, okay. Du, du, du. Du, du. Okay, warte, Junkie. In den Bronien hier kann ich aber rein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe sogar Bananen für mich drauf. Sehr schön. Nein! Was soll das denn jetzt? Nach der 50 Münzen und die Banane gehört dir, Junkie. Was hören? Ach so! Oh, die geht sogar raus. Oh, das hätte ich auch machen sollen. Nein! Hey! Hey! Ja! Was soll das jetzt? Ich habe nichts mehr gesehen. 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 Hä!? Wie soll man da 50 Münzen sammeln? Ich seh da gar nichts. Mein Bild ist vor allem so klein. Nee, oh, ich hab die Glocke nicht mal gesehen. Hey, hey. Das ist ein Wiener. Ich sehe hier absolut nichts. Ich sehe hier nicht mehr was. Ey, wisst ihr wie dunkel das hier ist? Ich sehe gar nichts. Das habe ich auch nicht gesehen. Wie soll man da 50 Stück sammeln? Man sieht einfach überhaupt nichts. Da fährt man um eine Kurve, da ist ja direkt ein Gitter. Da ist er wieder. Junkie verdeckt auch einfach die ganze Sicht. Ich sehe hier nicht mehr was. Ich sehe hier nicht mehr was. Was war da jetzt schon wieder? Ich sehe hier nicht mehr was. Ich sehe hier schon wieder nichts. Ich sehe hier nicht mehr was. 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 so okay ich glaube wir sind jetzt fertig ach jetzt komme ich also die banane sind wir noch da so ja gut dann lassen wir es jetzt mal nacht werden die hälfte der különig Was? So. sehr schön so wir können wir ganz kurz hier in der statistik schauen also warte 2 ok da fehlt noch die blaupause dafür die blaupause okay aber die bananen die haben wir fast fehlen nur noch 95 sehr schön warte mal wer hat das an bananenmedaille wenn ich die die wir haben noch keine fee okay aber warte 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 wir sind noch längst nicht fertig ich muss noch die bohne einpflanzen hier hinten Schau mal, ich hab ein paar Blätter. Komm und hol sie dir. Verdammt, ey. Wer ist das denn? Sehr schön. Ich verstehe. So, Scrox, mein Lieber. Oh, der nimmt mich mit. Halt dich fest. Los geht's. Okay, mit Tiny sind wir jetzt eigentlich soweit fertig, oder? Ich mach mir halt wirklich nur ein bisschen Sorgen um... Der nimmt mich irgendwie hier fast gar nix. So, aber na gut. Ich glaub, jetzt haben wir es hier geschafft. Ich lass es jetzt Nacht werden. Und dann schauen wir mal, was es hier bei Nacht so alles gibt. So, wo ist denn hier jetzt die Kanone? Da. Sehr schön, eins nehmen dran. Äh. So. Es wäre Nacht. Okay. Au. So, dann schauen wir jetzt direkt mal bei der Eins. Ah, da komm ich nicht rein. Muss ich aber auch gar nicht. Und jetzt ist das hier auf. Und ich kann mir die Banane holen. Ich kann mir doch nicht die Banane holen, weil sie nicht für mich ist. Wer ist das denn? Höh. Höh. Ah. So. Äh. Donkey. Ich kann mir auch gerade noch was zu erfüllen. Und zwar hat dieser Dornenhecker hier. Können wir jetzt da rein. Okay. Hier kann ich noch mal witzeln. Au. Au. Okay. Anscheinend komm ich da nicht lang. Warum auch immer da der Schalter ist und den Sack nicht so Dornen sind. Tür auf. Mach ich da hinten noch irgendwas? Ballon oder so? Nee. Ja gut, gehen wir mal rein. Hallo? Ach, der da. Okay, 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 okay. Hallöchen. Kann das nur Chunky kaputt machen, oder? Ich auch. Ich kann das auch zerstören. Oh, Donkey hat all seinen Bananen. Ich sag nicht, es ist auf Zeit. Es ist auf Zeit. Oh, nee. Komm, ich weiß es doch. Okay. Komm, ich weiß es doch. So, was ist das jetzt? Wollen wir nicht irgendwas einfangen? Oh, nee. Schiecht im Schacht. TNT-Lohren? Das sind zwei? Okay. Schiecht im Schacht. Welcome to Bonus Age. Sehr schön. Was mache ich denn da? So, ich habe es geschafft. Sehr schön. Bananen her. Bananen. So, mit Donkey Kong sind wir schon mal fertig. Nee, sind wir nicht. Der hat dem Fehler noch seine Blaupause, ne? Die darf ich nicht vergessen. Ich habe die noch nie hier irgendwo gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, wo die ist. Das ist schlecht. Vielleicht haben wir Glück und die ist da oben in der Kiste drin. Aber ich... Irgendwie denke ich, dass da... ...ne Fee drin ist. Die Kiste da. Ja, siehste. Hä? Was? Ich habe die doch voll getroffen. Siehste auf dem Bild. Ist die zu nah, oder was? Ey, komm, jetzt ist sie schon so nah und ich treffe es immer noch nicht. Jetzt aber. Dankeschön. Ja, okay, Freunde. Ich will dann erstmal sagen, das war es dann für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter hier bei Let's Play Donkey Kong 64. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020